Herzlich Willkommen in dieser Dreckskarte und zum nächsten Part von Grand Theft Auto. Und zwar sind wir immer noch Trevor, wir haben hier gerade unser Messlabor verteidigt, haben den wundergeilen Asiaten Ching-Chang-Chong vorgestellt bekommen und fahr jetzt mal kurz zu mir nach Hause, weil ich kein Rock auf Fremden und Freaks habe, weil es mich wahrscheinlich ähnlich weiterbringt und ich eigentlich gerne wieder Michael spielen würde und so. Nicht, weil ich Trevor nicht mag, ich finde Trevor extrem cool. Aber, ich finde ja, warum müssen wir das doch wiederkommen. Ja, komm mal das mal an. Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Ich versuchte Trevor! Was ist passiert, Ron? Sie waren hier für dich, hier für dich. Wer war hier? Die Bikers, nachdem du Johnny K. Und sie verraten meine Sachen, sie verraten meine Haus, verraten meine Seele. Look at das, das. Das, 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 das Statue hier, von impotent Rage, das fucking bedeutet mehr für mich, als Johnny K. bedeutet für jemanden, und sie verraten es. das, das Schädel, das, was du siehst. Das, was du siehst, du blabst mit dem Hügel, das Spiegel, das Schäfen für Kreis, das, die Krogerchefrenmedien, die Krogerchefren. ... von einem Schrausmus. Das sind schraus, Trevor. Das sind schraus, die Krogerchefren. Die Krogerhefren- du schraus. Oh, oh, oh! Hey, hey, hey. Michael fucking Townley, right? Bitch-Wife, two Kinder, 45, find'em? Oh, sei, oh, ist es ein große, Big place, Trevor. Es sind viele Leute. Das ist Trevor. Das ist Trevor. Das ist Trevor. Ich bin Trevor. Das ist Trevor. Das ist besser. Ich gehe jetzt. Jetzt, Ron. Wir gehen. Nein. Ich kann es nicht glauben, dass sie meine Statue von Impotent Rage zerstörten. Die Zähne. Die Zähne. Ich habe eine Ammunation. Gehe nach Sandyshores Luftflug. Schau es aus. Ich komme in deinem Ohr, wenn ich dich anzeige. Oh, aber was hast du bei der Zähne? Ich habe ihn mit dem Motten. Melvin! Wie fühlst du bei Brand Synergy? TP Industrie. Ammunation. Das ist die Zähne, die ich brauche. Sie wird gut. Jetzt brauche ich eine Schuss und eine Suppressor. Okay. Hier ist der Schuss. Okay. Jetzt. Stopp Selling Weapon zu diesem Halbwit, Cletus. So. Ich habe noch mal Erfolg vorgeschaltet. Und ein schönes Schlafwitz wieder gekauft. Oh, cool. So, ich weiß, dass er auch noch mal etwas übergelegen hat. Oh, was heil denn? Oh, was heil denn? Ich hoffe, das funktioniert für dich. Dann gucken wir mal hier mal Klamotten. Verkaufen die und so. Für Travel. Cool, das ist für die ganzen Klamotten heute. Bier. Kein Piss, was er? Das andere finde ich nicht. Hier ist der Squad. Was? Run! Ich habe die Schmerzen. Meet mich in der Wasserstour, just north of the airfield. Roger that, Trevor. Aber du musst nachdenken, denn da sind bikers all over diese Airstrip. Natürlich gibt es. Zwei Flugzeuge sind auf dem Feld auf einer Weaponsrad. Wir werden warten, bis der richtige Zeit und sie verproprieren. Ich bin hier oben. Ich sehe nicht die Hardware. Aber ich sehe auch viele Biker. Die Hardware ist noch nicht hier. Ich komme auf. Ja. Und dann snipe ich von oben ein bisschen rum. Sam takes snipes hier live, meine liebe Freunde. Wir müssen warten, bis ihr da nicht bemerkt könnt. Es sollte dir die Zeit geben, um eine Route zu dem Gas-Tank, die du hier rickst, um zu blöden. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember, that I am watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here. By the road. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Good. I don't see anyone yet. There's one. They got a guard at the bottom of those steps. Under the control tower. Good kill, Trevor. Come on. Keep it moving. Bounce. Throw the headshot there though. That's... You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. Quick, shoot out the lights on the tower above him. Please, just get him out. There's one. And there's the other. Lights off. Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Okay. Okay. So. You should have seen the look on his face. Wait. A guy came out of the control tower. Get him quick. This ain't a joke. He's gotta go. So long, sailor. That's fucking up. Oh no. Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there. Amongst the bodies. Clean shot, Trev. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. And they all came tumbling down. Oh, that shot was good. Can you get your sights back on me? Come on, man. Come on, man. Cover me. I got you in my sights. So get a move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Shit. He's coming out before our door. Shoot. The guy had a buddy in the building. He's coming out. Good kill, Trevor. I'm seeing it. Just keep a lookout. And whatever you do, don't hit the tank. Please, man. I think someone's coming. Shit. This is it. He clawed me. A bolt from the blue. Can you hear that? Chopper! Incoming! Always hated that chopper. Just fucking drive. You're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. It's not. The pilot plan doesn't work. But they know they're being attacked. Get the weapon I need. Get up, Trevor. Get up. There! In the hangar! The plane! I'll get it started if you can clear the runway. I don't see none of the guys who came to your trailer here! One dead biker is as good to me as another. Better stay back! I'm afraid I gotta confiscate this weaponry! You're after the cargo! Oh, fuck! Watch out! I'm pinned down! I'll just let you do it, huh? Honestly, I hear us. Safety! Fuckhead! I think I saw a man void his bowels. Happens to the best of us. Now start that plane. I hope there's enough of these guns to go around. Goddamn piece of shit! Komm. Hey, where were we? Schießt, Alter. Wieso steckst du schneiden? We're good to go, man. Come on. I feel like I don't know this shit. Flugzeug? Alles klar. Get in the plane, Trevor! Plane is loaded up with crates, Trevor! Just like you said! The rest of the gun must be on the plane down the end of the runway. Samu, go! Get me to that plane! Time to see your handiwork, Ronald! Throwing that bomb would probably help us out some! Nothing wrong with that! Let's go, Ronald! Get me to my plane, Ron! Come on! Let's go, let's go! Come on! Look out! The comments are coming from the left! Samu, go! Get me to that plane! Shit! Just one for you! Oh shit! Fliegen ist nicht mehr Ding! Ich kann nicht mal Auto fahren. Wie soll ich dann fliegen? Aber das versuchen wir nochmal. Das kriegen wir hin. So, uh, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north, to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Or? There are other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious! Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain! Um, uh, because of where you used to operate. Weren't you pulling scores at North Yankton and running cargo over the border? Oh! Oh! Yeah, sure I was! Someone's out there and wants us to know it. You think it's the buyer? That's him! Let's do it! Military base coming up! Fly low! No! We don't want to show on their radar! Okay. They got him! Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal. I'm just gonna fly normal. And I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Keep low, over the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that? We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, Tee. Lendebahn zu fokussieren, okay? Sanft auf dem Rollfeld aufsetzen. So, da ist die Landebahn. Sanft aufsetzen. Fast. Ich setze das Ding gleich mal sanft auf. Ich zeig euch, wie das geht, weil die Freunde... Successfully delivered, Ron. Now, remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. So... Yeah... You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. Fort Zancudo coming up. If we fly low, we ain't gonna show up on military radar. Stay low over those woodlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico! Yep! Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that? We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. Okay. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those loyal fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. No, 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 no. Okay. Hoppala. Ach komm, so heftig war das gar nicht. Ich war eigentlich voll heftig im Anflug gewesen. Ähm, aber irgendwie hab ich mich da nochmal so komisch gedreht. Das war echt merkwürdig. Weil ich komm auf dieses rechts drücken, um links zu fliegen. Schaffung ist successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I need a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Military base coming up. Fly low. We don't want to show on their radar. Keep low, over the swamp, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico! Mexico! Yep! Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that? We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright, team. Go! I'll take a moment to find out from the exit. I'll take this one on the runway. That's just a weird thing. Oh no! 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 Ich fische mal ein bisschen langsamer. Ich fahre das Fahrwerk aus. Und jetzt bleiben wir langsam nach unten. Langsam. Aha! Ihr Fass. Scheiße, wie steuere ich die direkt, Mann? Kann man nicht ein Denkrad einbauen? Die Garagen einfach nicht frisch, viel zu eng. Gute Idee. Du hast jetzt Zeit, um zu dwellen, weil wir mehr Runden haben, Ron. Wenn es eine Sache gibt, die sie nach der großen Runde brauchen, dann sind die Runden. Trevor Phillips Industrie. Technische Expertise. Managerische Innovationen. Unstoppable. Oh, das ist richtig. Jetzt geh. Ich muss meditieren. Oder masturbieren. Oh, Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar Du musst die Verwaltungsmissionen absolvieren, um die Mieteinnahmen zu erhöhen. Okay. Manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Ah, ich kann geil. Nee, kann ich mir den Schwarzen kaufen. Wenn du diesen Hunger kaufst, kannst du Schmuggler-Missionen für Oskar erledigen. Ich werde aber keine Schmuggler-Missionen für Oskar erledigen. Der kann sich mal gepflegt ins Knie ficken. Der nervöse Ron. Böses Zucken. Sechs Brücken, ein Flieger. Ich muss schon die ganzen Brücken so unterfliegen müssen oder so. So, meine Freunde. Da würde ich mal sagen, bevor wir jetzt irgendwas Neues machen. Äh. Wir sind immer noch untergetaucht. Also ich kann immer noch nicht wechseln. Ähm. Bevor wir jetzt was Neues machen, würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Hey. Für die Waffen sollte er schon eingegangen sein. Und es sieht so... Guck mal, Sandy. So, der Eingang, es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast die weggepustet. Ich denke, das passt jetzt offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und siehst die an. Okay. Cool. Aber... Wir überlegen uns noch irgendwie schnell, wo wir im nächsten Part hingehen. Und dann beende ich den Part auch. Ich bin auch ein Assi, ne? Ich bin ein richtiger Assi. So, was habe ich hier? Noch mehr Fremde und Freaks? Zwei von drei, die ich schon kenne. Ich glaube, der hier ist jetzt neu. Da fangen wir da als nächstes hin. Alles klar, meine Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis denn. Auf Wiederhören. Euer Mr. Samtex.